einen wunderschönen guten morgen heute an diesem sonnigen freitag der uns hoffentlich in ein tolles wochenende begleiten wird und herzlich willkommen zum freitagswebinar mit ideen für den heutigen handelstag dem ausblick für die kommende woche und hier steht jetzt geschrieben das thema edukation so ein kleines bisschen edukation machen wir heute im bereich der währungen ich hatte ja gestern hier auf facebook auch avisiert dass wir uns heute mal breitgefasst die währungen anschauen da gibt es auch immer so ein bisschen ausbildung in diesem rahmen und dann natürlich der blick in die charts ludger und elena ich freue mich richtig doll euch beide heute wieder hier auch mit einem kleinen hallo im chat zu haben die anderen zuschauer die hier live dabei sind einfach den chat dazu nutzen olaf auch du hier guten morgen nutzen sie ruhig einfach den chat zur kommunikation wenn sie eine frage haben oder wenn sie einen chart analysiert haben möchten einfach rein in den chat und los geht's dann schauen wir uns im laufe des webinares natürlich auch gerne ihren wunschmarkt an bevor wir hier direkt in die charts reinspringen der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr kapital zu verlieren damit in den normalen ablauf hinein wir starten heute wie jede woche freitag mit dem überblick wir schauen zum einen natürlich auf die handelsideen wir machen den wochenausblick wir schauen was geht denn nächste woche an den märkten von der nachrichtenseite her diese woche gab es ja einiges an nachrichten wo der markt auch gut drauf gewartet hat dann machen wir wie ständig im standard einmal in der woche den blick auf die großen indizes bzw auf die indizes der wichtigsten stellen also wir gucken am us markt wir gucken uns den dax an das auf alle fälle um hier den check der charts zu machen und im bereich know how da gucken wir wirklich wir machen einen umfassenden chart check wir schauen heute auf alle fälle breit in die währungen herrn wenn wir die zeit haben ein den ein oder anderen wunsch in die c zu uns zu anzuschauen oder aber wir gucken auch mal in die rohstoffe wir werden sehen was wir hier heute noch mit haben bisschen luft haben wir ja von der seite her können wir das ganze auch ganz entspannt angehen starten wir hier für heute mit den handelsideen der tagesausblick mit den nachrichten was steht heute auf der agenda wir haben um 14 uhr 30 wir beginnen mal wieder mit den höchsten impacts und zwar 14 uhr 30 relevanz 3 es gibt die beschäftigung außerhalb der landwirtschaft in den usa für den monat juli ebenfalls um 14 uhr 30 gibt es die arbeitslosenquote in den usa und um 16 uhr gibt es den ism einkaufsmanagerindex im dienstleistungsgewerbe das also sehr sehr wichtige dinge die einen starken impact auf den us dollar beziehungsweise auch auf die us indizes haben kann was gibt es noch mit der zweithöchsten relevanz um 9 55 gibt es den einkaufsmanagerindex aus deutschland um 10 uhr dann den market einkaufsmanagerindex als gesamtindex den einkaufsmanagerindex für die dienstleistungen auch in der eurozone und um 11 uhr gibt es aus der eurozone die einzelhandelsumsätze für den monat juni am nachmittag gibt es dann mit der zweithöchsten relevanz noch ein paar nachrichten aus den usa um 14 uhr 30 sie sehen es eine relativ lange liste die wichtigsten hier in diesem bereich ist einmal das thema der stundenlöhne wie sich diese stundenlöhne hier auch entwickelt weil das hat natürlich auch auswirkungen auf die kosten der unternehmen und dann hat natürlich irgendwann auch auswirkungen auf die gewinne weil wenn die kosten immer mehr steigen und die preise können nicht eins zu eins an die kunden weitergegeben werden dann kann das natürlich hier die gewinne reduzieren und umgekehrt natürlich das steht hier natürlich außer frage was gibt es noch es gibt heute abend hier um 16 uhr zum thema einkaufsmanagerindex noch das thema zusatz als beschäftigung und heute abend natürlich wieder wie jede woche freitag die cout reports um 21 uhr 30 also für all diejenigen von ihnen die das thema rohstofftrading betreiben wollen oder auch bei den währungen in den future bereichen einfach mal nachschauen wollen wie sich die big boys hier verhalten dafür gibt es den cout report und damit sind wir mit den tages nachrichten für heute soweit auch durch wie gesagt ich konzentriere mich hier in der regel auf die nachrichten aus dem us dollar also aus amerika beziehungsweise deutschland und europa es gibt noch eine ganze menge mehr nachrichten und die können sie natürlich immer aufgepasst auch an ihre eigenen trades entsprechend auch auflisten das heißt wenn sie in anderen währungen schweden im can dollar beispielsweise oder im austral dollar oder im japanischen yen dass sie da bitte auch immer schauen was gibt es denn an nachrichten für die entsprechenden handelstage worauf kann der markt warten dass sie da bei diesen währungen hier nicht überrollt werden durch den ein oder anderen zinsentscheidende pressekonferenz was auch immer da kann es ja auch eine ganze menge geben gestern war ja zinsentscheid in großbritannien da gab es eine änderung am leitzins das hatte natürlich dann direkt auch auswirkungen auf die entsprechende währung also all solche sachen müssen sie natürlich immer mit auf der uhr haben und damit gehen wir dann gleich mal rüber in die charts die handelsideen für heute ich habe den ibex ich habe neuseeland dollar kann dollar und us dollar norwegische krone hier mal für sie ins visier genommen und da gehen wir auch direkt in die tagescharts beziehungsweise in die charts hier im metatrader von tickmill mit hinein und ich würde sagen wir starten auch mal direkt mit dem spanischen kursindex den haben wir hier und wir sehen hier ein bild auf dem tageschart wo wir merken okay wir haben jetzt hier einen einen markt der in seit einiger zeit wieder mit fallenden tiefpunkten beziehungs entschuldigen sie mit fallenden hochpunkten glänzt wir haben hier unten zwar ansteigende tiefpunkte aber aktuell sie sehen selber hier ist mal der sma 20 sma 200 mit drin in diesem fall ist es der exponentiell gewichtete index ich skaliere das mal kurz etwas größer und da sehen wir hier oben an dieser linie immer wieder einen ranlaufenden markt der noch nicht die kraft hat hier wieder von unten nach oben durchzustoßen heißt also vom prinzip her wir haben hier immer wieder von oben die käuferseite hier oben in den letzten tagen war die marke von 9.900 punkten eine eine ein wichtiger anlaufpunkt aber er hat immer wieder dafür gesorgt dass wir auf der verkäuferseite erwischt worden das heißt hier oben wird die luft momentan einfach beim spanischen index sehr 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 dünn und wir haben das gesehen mitte der woche ist der index dann deutlich nach unten abgetaucht zum handelsschluss stand da gestern auch hier unten wenn ich von handelsschluss spreche meine ich die offiziellen handelszeiten die offiziellen handelszeiten sind ja hier bei uns in deutschland der parkett handel bis 17 30 danach gibt es natürlich noch den nachbürstlichen handel weil die indizes laufen ja in teilen hier bei den cfd märkten einfach durch das heißt danach wird natürlich auch weiter gehandelt von der seite her spielt das von den zeiten her nicht die große rolle aber es gibt immer auch haupt handelszeiten und neben handelszeiten und das gilt es als händler entsprechend auch zu beantworten beziehungsweise zu bedenken zu den neben handelszeiten ist es einfach so dass deutlich weniger kapital am markt ist und die bewegung natürlich dann auch von deutlich weniger kapital hier in den markt hinein gebracht werden was ist der aktuelle blickpunkt wir haben jetzt hier auf der oberseite die marke von 9.900 punkten auf der unterseite haben wir jetzt die letzten Male immer wieder absprünge gesehen um dem kursbereich von 9.660 punkten und genau da sind wir gestern auch drinnen gewesen danach ist der markt wieder hochgeschnellt aber sie sehen jetzt mittlerweile läuft der markt auch wieder so ein stück weit runter was kann jetzt hier passieren an dieser stelle erstmal natürlich auf alle fälle ein sogenannter rebound das heißt hier der absprung von gestern der ist ja schon mal versucht wurden nun muss man sehen wie das ganze weiter geht wenn es weiter nach oben geht dann steht hier natürlich dieser rahmen hier oben um die 9.900 punkte im raum da ist ja öfter mal schon ran gelaufen wieder dieser index auf dem weg dorthin hier dieses tages hoch um die 9.787 punkte wir können das ja mal ganz genau auflegen das tages hoch von gestern das hat man hier da ist es gewesen also um die ja 9.785 punkte tick hin tick her das ist jetzt halb so wild die grobe richtung ist da entsprechend wichtig das heißt wenn der markt nach oben läuft zur 9.900 punkte marke dann wäre mal das tages hoch von gestern auf alle fälle ein interessanter anlaufpunkt den wir hier haben sollte der markt weiter dieser abwärts dynamik der vergangenen tage beibehalten dann wäre es hier wieder um die 9.660 punkte marke interessant zu schauen was passiert bricht der markt unten durch haben wir hier das tagestief vom wann war es gewesen wir schauen mal nach das ist das tagestief vom vierten juli bei der marke von 9.620 punkten beziehungsweise dann haben wir noch ein tagestief tiefer ein tag vorher hier der dritte juli um die marke von 9.552 punkten das mal das sage ich mal zeitnah mögliche anlaufpunkte auf der unterseite wenn diese dieser bereich um die 9.66 hier tatsächlich gebrochen wird das mal für diesen index und wenn wir uns das ganze mal in der stunde anschauen dann sehen wir halt hier in der stunde einen intakten abwärtstrend der sozusagen hier jetzt durch diese starke bewegung nach unten korrigiert wurde wir haben jetzt hier untergeordnet gesehen einen aufwärtstrend der schiebt aber jetzt schon wieder ordentlich nach unten also sie sehen die volatilität ist auch relativ hoch in diesem bereich und wir sehen halt auch dieser dieser starke kursschub nach oben der kam halt erst gestern hier nach 17 uhr zustande und jetzt wo die händler wieder reinkommen wo die haupthandelszeit auch losgeht geht direkt wieder der schub von oben nach unten also wir merken momentan ist eher so das thema nicht so weit aus dem fenster hinaus lehnen wir haben politische börsen die teilweise durch dieses thema handelsstreit doch sehr sehr stark gesteuert werden also man weiß da nie so genau was kommt übers wochenende gehen viele händler auch erst einmal in deckung das haben wir ja das letzte wochenende am letzten freitag auch gesehen also hier an dieser seite wir haben momentan eher den schub von oben nach unten das sehen wir hier auch beim spanischen aktien index also wie schon gesagt hier der markt auch unterwegs unter der 200er tagelinie was für viele ein schurzsignal ist was für den ein oder anderen betrachter hier in diesem chart auch auffällig wird ist ich hatte darüber schon das ein oder andere mal hier referiert wenn wir uns dieses chartbild mal anschauen was wir hier haben wir haben im endeffekt jetzt hier einen einen markt das war ein bisschen weit rüber gezogen kleinen augenblick das wollte ich gar nicht da unten hin wir haben hier aktuell einen markt der ein dreieck ausbildet mit einer stärker ansteigenden unterseite als die oberseite abfällt das heißt das könnte fast so auch so ein bisschen in richtung des keils gehen und wenn es hier ein keil wird der sich tatsächlich auch ausformen könnte dann hätten wir hier halt einen keil der sozusagen innerhalb eines abwärtsgerichteten marktes entsteht und diese keile werden häufig nach unten gebrochen was dann definitiv ein schurzszenario wäre also wenn man das ganze mal noch etwas kleiner hier skaliert dann sieht man das ganze wahrscheinlich etwas besser das heißt wir haben eine deutlich stärker ansteigende unterseite und das führt dann natürlich oder kann entsprechend hier dazu führen dass der markt nach unten weg bricht dieses muster entsprechend nach unten verlässt und dann hier dieses abwärts signal auch bestätigt der markt ist hier dran wir werden sehen was er macht auf alle fälle in meinen augen das ist jetzt meine persönliche meinung hat dieser markt momentan eher die tendenz von oben nach unten wie weit das ganze dann läuft man weiß es nicht im mittelfristigen bild sie sehen das ja hier wir haben hier unten um die marke von wann war das hier gewesen das war das tagestief vom zweiten siebten da haben wir mal eine 9432 als anlaufpunkt stehen und dann ein ganz kurzes stückchen unten drunter die knapp 9400 punkte marke bevor wir hier dieses tief vom wann war das gewesen am 23 dritten 2018 auch noch im raum haben bei 9321 punkten also sie sehen wenn der bruch hier nach unten tatsächlich kommt dann haben wir hier relativ nah am jetzigen wer hat erstmal den die nächsten schübe liegen wo man ran können kann und dann folgen auch schon planbare tiefs wo man sagen kann wer verkauft denn hier nach uns also das kann nach unten schon etwas an dynamik geben weil der markt und zahlt von oben nach unten runter drückt das also zum spanischen aktienmarkt danach würde ich sagen gehen wir jetzt gleich einmal in den neuseeland dollar kann dollar rein ich nehme mal noch diese diesen indikator hier raus diese gleitende linie brauchen wir bei den weiteren märkten jetzt erst einmal nicht das heißt hier im währungsmarkt neuseeland dollar kann dollar schauen wir einfach wieder ganz normal auf die kerzen die wir hier im chart drinnen sehen haben neuseeland dollar kann dollar auch das werde ich natürlich für sie mal noch ein bisschen größer skalieren damit wir etwas mehr sehen aber ein bisschen historie hinten dran brauche ich weil wir haben hier hinten einen anlaufbereich der doch etwas weiter in der historie liegt schauen sie wir sind hier im november 2017 worauf kommt es mir hier bei diesem chart an der chart sie sehen die lage hier ist auch definitiv abwärts gerichtet wir hatten hier gestern einen markt der erstmals wieder unter das tief hier drüben bei 0 87 867 runtergestochen ist das war das tief vom 17.05 der markt läuft jetzt hier unten drunter durch und sie sehen auch relativ nah an diesem durchbruch lag hier dieser tiefbereich aus dem dezember 7.12 hier drüben bei 0 87 5 diese marke hier drüben da ist der markt jetzt entsprechend auch schon ran gelaufen und das ist jetzt etwas das ist jetzt schon ein nachhaltiger bruch der ist jetzt hier unten durch frage ist jetzt im kurzfristigen bereich was passiert hier an dieser stelle was wir sehen können ist dadurch dass dieser dieser markt hier schon weit in seiner bewegung steht und jetzt erst mal nicht wirklich relativ zeitnah neue anlaufpunkte da sind könnte es unter umständen sein dass wir hier kurzfristig erst mal eine korrektur bekommen dieser starken abwärts bewegen da wäre dann gegeben dass der markt hier hochläuft und dann als anlaufpunkt erst einmal hier diesen widerstandsbereich beziehungsweise auch bereich des gestrigen tares hochs um die 0 88 339 sehen könnte also das wäre mal eine reaktion die ich jetzt nicht zwangsweise ausschließen würde wenn die korrektur sogar noch höher laufen sollte wäre noch das nächste tages hoch um die 0 88 735 haben wir im chat drin liegen als anlaufpunkt das wäre dann aber schon eine ziemlich starke korrektur wobei das halt nicht ausgeschlossen sie sehen ja auch hier was hier drüben passiert ist als wir hier in die 0 88 339 reingelaufen sind da gab es ja auch einige schübe nach oben also wir haben ja gesehen gute drei kästen nach oben wenn wir hier in diesen dynamik in dieser dynamischen bewegung in der korrektur auch mit drin bleiben ist das halt ein bereich der ist jetzt sagen wir mal nicht aus den fingern gesogen sondern den sehen wir im chat schon als eventuelle möglichkeit das ganze hier anzulaufen geht es allerdings direkt weiter nach unten wir sehen es ist nicht ausgeschlossen dass wir dann hier unten direkt anlauf nehmen auf den support um die 0 86 827 in diesem bereich das ist jetzt mal in diesem markt hier ohne weiteres definitiv auch mit drinnen und das ist hier mit auf der agenda da der fokus das heißt kurzfristig könnte es wenn der markt nicht so extrem schwach bleibt eine kleine gegenreaktion bekommen weil wir haben hier jetzt schon drei tage oder vier tage jetzt sind wir im vierten tag in folge wo wir starke kursverluste sehen da kann es mal wieder eine gegenreaktion geben ansonsten hier die anlaufbereiche sind nach unten hin ganz klar definiert und definitiv auch im planbaren bereich und wenn wir uns das ganze mal noch im wochenchart anschauen dann sehen sie halt hier die wichtigen anlaufpunkte die können wir aus dem chart heraus klassifizieren das heißt wirklich das ist ja mal die marke hier unten ich klemm es gleich mal mit dran so hier haben wir es ungefähr von null was haben wir 85 931 so rum das sehe ich gleich mal hier rüber ich mache es mal etwas größer weil ich glaube auch dass sie im video hier das ganze schlecht lesen können wenn es so klein ist ich mache es mal etwas größer also das wäre hier mal dieser anlaufbereich den wir hier drüben haben um die marke von 0 85 931 dann gibt es hier unten noch ein paar tagestief aber wir schauen hier einfach mal auf die woche und da ist halt wenn das ganze ding hier oben doch weiter läuft dann ist der nächste anlaufpunkt wie schon gesagt hier dieses tief um diesen bereich hier unten den ich besprochen habe bei 0 86 827 es lief noch etwas weiter nach unten wenn wir das mal unten schieben das richtige tief hatten wir hier unten stehen bei 0 86 ungefähr 4 1 1 und sie sehen dann der nächste schub nach unten könnte dann durchaus hier runter laufen wenn die schwäche des marktes hier definitiv auch mit anhalt wenn man das ganze auch etwas gröber zieht ist das hier halt dieser widerstandsschwankungsbereich also irgendwo um diese beiden marken hier in diesem bereich könnte der markt sich dann auch fangen wir werden sehen was nach unten hin passiert auf alle fälle hat der markt aktuell mehr potenzial zur unterseite als zur oberseite wobei rücksetzer hier nie auszuschließen sind so danach gehen wir mal wieder zurück in den tageschart und zwar hier im tageschart des währungspaares us-dollar norwegische krone haben wir auch nicht ganz so oft hier im chart miteinander besprochen aber wenn es sich lohnt mal hinzuschauen tja warum nicht einfach mal hinschauen was ist hier gegeben ich habe im text zum blog heute morgen habe ich das veröffentlicht das sieht mir so ein kleines bisschen aus wie eine art sage ich mal kontraktionsmuster das ist eines der korrekturmuster die ich in den charts ganz gerne auch beobachte und wir haben hier einen chart der uns momentan auf dem weg nach oben ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner damit sie wissen was ich mit dem weg nach oben meine wir haben jetzt hier einen doch aufwärts gerichteten markt hier hatten wir den letzten großen bewegungsschub nach oben ich zeichne ihnen das einfach mal ein hier hatten wir eine bewegung nach oben laufen hier hatten wir die korrektur dazu und dann hatten wir natürlich hier bis zum hoch die entsprechende letzte bewegung und seit dieser bewegung ist der markt hier in eine art korrektur auch übergegangen und was wir hier sehen was ich mit diesem kontraktionsmuster meine ist einfach das dass die korrektur tiefen immer flacher werden das heißt wir der markt der kontrahiert immer flacher werden das heißt hier die entfernung ist so die zweite ist kürzer die dritte ist noch kürzer sowas könnte sich jetzt so wie so ein wie so ein trampolin oder wie so ein pingpong weil nach oben arbeiten um immer kleiner zu werden und das erhöht im chart den spannungsbogen weil die schwankungen werden dann immer immer kleiner und wenn so eine end situation dann gekommen ist löst die sich häufig in trendrichtung entsprechend auf und kann dann starke dynamische schübe bringen in meinen augen ist es noch nicht so weit also das heißt die finale kontraktion ist hier noch nicht gekommen die sind oftmals deutlich flacher aber was wir halt hier sehen ist wie es bildet sich eine art kontraktionsmuster aus ob das fertig ausformuliert wird das kann man nie sagen das müssen wir als händler beobachten aber nichtsdestotrotz ich wollte hier an dieser stelle einfach mal darauf hinweisen was hier im groben entstehen ist im kleinen kurzfristigen bereich ist es natürlich jetzt spannend zu sehen was hier passiert sie sehen hier diesen bereich um die 822729 in diesem bereich ist der markt schon das ein oder andere mal reingelaufen hat drüber gespiked und dann hat er wieder ordentlich nachgegeben so jetzt sind wir hier gestern wieder über diese marke drüber gelaufen und heute ist der handelstag danach und jetzt ist es halt wirklich interessant was passiert hier im ganz kurzfristigen bereich im intra der bereich hatten wir ja gesehen diese marke hier um die 7 um die 822729 hat schon dazu geführt dass der markt mal hoch gespiked ist und wieder runter gespiked ist also runter gefallen ist wenn das hier auch passiert dann haben wir hier oben um die marke von 824682 den ersten anlaufpunkt da sind wir ja jetzt reingelaufen das ist erstmal abgefrühstückt das ist weg so als nächsten anlaufpunkt auf der oberseite sehen wir dann was wir hier auch im spike hatten die 827257 das sind mal die ersten anlaufpunkte die wir hier haben wenn sich diese dynamik wirklich deutlich fortsetzt dann sehen sie hier etwas weiter links im chartverlauf diese hochs diese peaks die wir hier hatten bei 83542 und 8331 das sind durchaus planbare bereiche die man schön mit nach oben mitnehmen kann um hier aus dem markt rauszukommen oder in dem markt die gewinne entsprechend für so eine long trade auch platzieren zu können und die frage zu beantworten wer kauft nach uns also das ganze hier definitiv auf der oberseite eine sehr sehr spannende situation die wir hier mit fokus nach oben hin auch liegen haben wenn wir uns das ganze mal in der weiteren historie anschauen wenn dieser bereich hier oben dann mal gewuppt wird wenn wir hier drüber gehen haben wir hier das ist jetzt der wochenchart den sie hier sehen schauen sie hier oben um diese preislevel da haben wir anlaufpunkte das ist jetzt noch eine weile hin aber wenn wir einen positiv nach oben laufenden markt haben ist es ja nicht ausgeschlossen dass wir diese bereiche um die charts hier oben einfach auch mit rausnehmen und hier intensiv eine long bewegung weiter bekommen die dann diese hochs aus dieser abwärtsschüben mit rausnehmen kann das ist jetzt wirklich im bereich der mittelfristig bis langfristigen planung ohne weiteres auch machbar und sie können sich ja oder man kann ja als händler auf dem weg nach oben wird es ja dann immer wieder bewegungen und korrekturen geben und wir können ja auf dem weg dorthin die bewegungen und korrekturen immer wieder auch zum trade nutzen je nachdem wie ihr zeithorizont ist die langfristigen trader die dann sagen okay der markt läuft hier hoch der hat gleich diese werte im blick der kurzfristige trader der nutzt immer diese schwünge je nachdem bewegungshandel oder korrekturhandel je nachdem wie die verortung der aktuellen charts situation ist um einzelne trades zu suchen wenn es hier heute nicht dazu reicht dass der markt dynamisch hochläuft sondern es wieder zu abverkäufen kommen sollte dann macht es auch sinn mal einen blick nach unten zu werfen klar es ist jetzt alles ziemlich weit weg wir haben das tagestief hier von gestern bei 8 16 3 7 4 beziehungsweise das von vorgestern bei 8 14 8 2 6 das sind weit weg anlaufmarken wenn wir uns das ganze im stunden chart mal anschauen dann haben wir hier die situation dass wir schon in dem trendverlauf starke schübe gesehen haben das heißt hier oben das wäre mal der widerstandsbereich das ganze ding kann jetzt korrigieren aktuelles korrekturtief haben wir hier unten unter der marke von oder an der marke von 8 23 1 4 1 beziehungsweise dann hier unten diese trendtiefs also wenn wir mal diese dynamische aufwärtsbewegung hier sehen diesen bewegungstrend da gibt es halt die punkte auch nach unten noch mit anzupacken hier war der ausbruchsbereich um die 8 21 4 3 9 hier war das letzte korrekturtief dann um die 8 20 5 7 0 das sind bereiche die können in einem kurzen kursrücksetzer schon mal angelaufen werden und wenn der markt dann wieder hochdreht das wäre dann eine bestätigung dass wir erstmal dynamisch weiter steigende kurse sehen also wir müssen halt immer aufpassen was der markt macht aber das kennen sie ja wer sich hier homogen mit den märkten bewegt der kennt das ganze wie sich korrekturen und bewegung innerhalb von einem chart hier entsprechend auch mit abwechseln damit bin ich für die besprechung der heutigen handelsideen soweit fertig und wir kümmern uns jetzt direkt auch um den nächsten punkt und zwar dass wir mal schauen wie sind denn die termine für die nächste handelswoche entsprechend gespickt das heißt wir sehen hier auf der agenda für die nächste woche auch wieder hier die wichtigsten daten also us dollar also usa und europa habe ich hier drin also von europa ist die eurozone da gibt es ja immer wieder wichtige nachrichten und deutschland wir sehen hier nächste woche nur us flaggen mit den drei bullenköpfen das heißt die allerwichtigsten nachrichten kommen hier nächste woche aus dem us markt ah oliver müller ist auch da einen schönen guten morgen an sie oliver wir besprechen hier gerade die termine der kommenden woche und wir starten hier am dienstag um 16 uhr wieder mit dem thema arbeitsmarkt da gibt es die stolz stellenangebote für den monat juni am mittwoch können wir wieder auf die rohöl lagerbestände warten wir haben hier diese woche einen zuwachs gehabt nächste woche ist die prognose für einen rückgang hier in diesem bereich am donnerstag den 9 august gibt es aus den usa dann den erzeugerpreisindex und am freitag gibt es den verbraucherpreisindex hier auch aus den usa zeiten jeweils 16 16 30 beziehungsweise die letzten beiden tage um 14 uhr 30 übrigens begleite ich sie da an dieser stelle in der nächsten woche nicht so weit am montag mache ich noch ein webinar mit den handelsideen für den start der woche da begleite ich sie noch in die neue woche rein danach mache ich etwas urlaub bin dann ende august natürlich wieder für sie da das heißt hier ist das vorausschauend und dann in der nächsten woche geht es dann am montag noch einmal an dieser stelle hier auch mit weiter das sind also mal die termine für die nächste woche und wenn wir hier bei der planung auch für die nächste zeit sind wechseln wir an dieser stelle jetzt gleich mal in die charts wieder hinein und wir nehmen uns hier mal die großen indizes entsprechend vor ich würde sagen wir beginnen hier an dieser stelle auch wieder mit unserem heimat index dem dax den wir hier an dieser stelle haben den haben wir ja auch in dieser woche schon das ein oder andere mal beleuchtet und hier sehen wir jetzt wieder das unveränderte bild im großen das heißt das ist der chart wie wir ihn in der letzten woche in der chartanalyse auch mit benutzt haben wir sehen hier weiterhin abwärts gerichtet diesen übergeordneten markt diesen blau eingezeichneten abwärtstrend der ist weiterhin vorhanden und was wir jetzt hier sehen ist hier untergeordnet diesen aufwärtstrend diese diese aufwärts dieser aufwärtstrend hier das hier an dieser stelle das ist wenn man das mal in dieses übergeordnete bild mit hineinbringt ist das sozusagen hier die aufwärts bewegung beziehungsweise die korrektur dieser aufwärtstrend der sich hier einzeichnet oder den ich hier für sie gerade skizziere das ist jetzt hier entsprechend der markt eines aufwärtstrendes in den übergeordneten abwärtstrenden stellt also die korrektur des ganzen da und jetzt sind wir hier in diesen markt hineingelaufen wir hatten hier unten um die kursmarke von warten sie mal wir stellen sie gleich mal rein hier drüben um die kursmarke von knapp 12.480 punkten hatten wir das tief das korrektur tief hier läuft der markt rein gestern gab es dann nachbürstig wieder diesen massiven abprall hier nach oben der ist gekommen wir sehen allerdings momentan auch wieder deutliche schwäche also wenn wir uns das mal anschauen was hier nach unten gelaufen ist der markt geht schon wieder richtig stark nach unten jetzt hier in die korrektur rein das heißt wer sich von ihnen jetzt nur diesen diesen trend hier anschaut diesen schwarzen trend der wird zu sagen jawohl das ist ja hervorragend was wir haben wir haben eine sehr 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 tiefe korrektur die wir kurzfristig entsprechend auch immer mal dazu nutzen können wieder in richtung dieses übergeordneten also dieses schwarzen trends hier entsprechend auch zu traden das kann man selbstverständlich machen das ist wichtig dass sie das dann allerdings bitte in den kleineren zeiteinheiten machen weil die aktuelle phase also ist schon mal tief hier runter gelaufen es kann ja also jederzeit zu einem trendbruch kommen und dann hätten wir die situation dass diese korrektur was hier als aufwärtsgerichteter trend ersichtlich ist bricht und dann entsprechend der markt wieder in richtung dieses blauen trendes hier entsprechend hinein läuft und wird dann wieder einen abwärtstrend bekommen schauen wir uns das ganze mal noch mit der gleitenden durchschnittslinie an hier den moving average ich nehme mal wieder den einfachen diese gleitenden durchschnitt verändern ja den chartverlauf nicht nur die berechnung ist immer so ein klein wenig anders aber wir sehen halt hier entsprechend dass der markt mal wieder an diese linie hier letzte woche herangelaufen ist das hatten wir ja besprochen er ist sogar drüber gelaufen und jetzt ist er wieder unten drunter durchgebrochen also das heißt es ist ein sehr schwieriger markt den wir hier haben er notiert wieder unter der 200er tagelinie und das heißt halt für viele dieses hin und her dass wir momentan nicht wirklich so eine klare richtung haben wir sehen immer mal tendenzen wo wir schön nach oben laufen jetzt sehen wir wieder den druck von oben nach unten kommen das wechselt sich immer so ein bisschen ab das kann auch ein bisschen dazu für oder daran schuld sein dass wir gerade in der sommerpause sind wo es ja immer mal so ein bisschen hin und her geht das weiß man nicht wir wollen halt hier die fakten die klare sicht auf den chart haben und da haben wir halt die situation momentan wie schon gesagt hier der blau eingezeichnet ist der abwärtstrend das hier ist der korrektur trend aufwärts gerichtet der gerade stark nach unten wieder abfällt heute geben sehen wir auch wieder kurse wichtig ist hier die marke von 12.480 punkten wird diese unterschritten ist erstmal diese korrektur diese korrektur trend hier gebrochen und das wäre dann wirklich ein zeichen dass wir hier wieder dynamisch nach unten laufen weitere anlaufpunkte nach unten für die trade planung wären dann natürlich erstmal die korrektur dies hier dann haben wir hier das nächste um den bereich von 12.300 und die 80 punkte marke bevor wir dann mittelfristig hier unten das entsprechende tief dieses übergeordneten trends hier auch haben bei ungefähr 12.100 punkten hier als anlaufbereich also sie sehen wenn das ganze hier oben bricht haben wir nach unten auch noch einiges an potenzial um entsprechend ein wenig nach unten mit zu traden was dann kommt ja sie sehen es halt selbst im markt können doch noch etwas nach unten laufen der tiefbereich hier unten um die marke von 11.000 um die 700 punkte hier ist denke ich mal doch ein starker support wir müssen erstmal sehen ob wir überhaupt noch einmal so tief runter laufen das wird sich zeigen was hier auch ganz mal also was sich markt entsprechend hier an dieser stelle auch entwickelt aber hier der blick im dax erst einmal auf den schwarzen trend gesehen tiefe korrektur wenn das ganze ding bricht sind wir wieder in richtung dieses blauen trends hier entsprechend unterwegs und damit gehen wir mal auf den us markt da schauen wir hier in den dow jones hinein ich mache mal hier kurz das ganze wieder etwas größer hier ist jetzt auch der sma 200 mit drinnen sie sehen hier einen markt der hatte hier unten wir hatten darüber gesprochen schon mal etwas wieder unter diese 200er tagelinie gelugt mittlerweile sind wir aber wieder schön nach oben gelaufen sie sehen auch die volatilität ist schon stark da wir sehen in den letzten tagen definitiv hier einen 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 abwärts gerichteten markt heißt also hier wir haben jetzt hier auch eine korrektur die innerhalb eines trend kanals so stück für stück hier im markt auch nach unten läuft ausbrüche nach unten wären dann natürlich hier zu sehen als weitere bestätigung für einen weiteren ablauf ausbrüche nach oben wären dann das verlassen dieses kanals und das würde dann dafür stehen dass wir wieder in die obere markt range reinlaufen wir haben halt hier diesen widerstandsbereich hier oben liegen um die marke von was haben wir hier oben das hoch hatten wir gehabt bei ungefähr 25.419 punkten da ist der markt jetzt momentan drunter das heißt wir haben den widerstand hier liegen der muss erst auch mal gewuppt werden was hier passiert wir wissen es nicht genau aber wir haben dieses korrekturmuster dieser abwärts laufenden trend kanal diese flagge und wenn hier ein ausbruch nach oben kommt weil schauen sie sich das hier an das ist sozusagen der aktuelle trend der hier nach oben läuft also diese bewegung ist ja in trendform verlaufen und diese korrigiert gerade und das ist jetzt der fall dass wir wieder diesen aufwärts gerichteten markt in seiner korrektur haben und wenn wir daraus brechen das wäre dann natürlich ein gutes zeichen dass wir weiter nach oben laufen anlaufmarken auf der oberseite sehen wir hier dann entsprechend um die marke von 25.535 punkten war hier der peak entsprechend gewesen beziehungsweise dann fortfolgend das hoch was wir hier drüben hatten um die marke von 25.800 und knapp 40 punkten was wir mal planen können zur oberseite her raus wenn der bruch kommt wenn wir uns das ganze jetzt mal im detail hier anschauen und sagen wann wird es denn zeit dass wir hier nach oben in die long richtung reingehen dann sage ich mal schauen wir uns das ganze ding hier doch mal in der stunde an und sobald die stunde wieder aufwärts gerichtet ist haben wir denke ich mal die ersten chancen wieder in die obere richtung rein zu laufen gucken wir uns das ganze mal an na klar die schwankungsbreiten sind ja relativ hoch und innerhalb dieses kanals ist es teilweise gar nicht so einfach das zu traden weil sie sehen halt hier oben laut lehrbuch ist es halt immer so so ein abwärtstrend ist gebrochen wenn das letzte korrektur hoch überschritten wird ein aufwärtstrend ist gebrochen wenn das letzte korrektur tief gebrochen wird und sie sehen halt hier innerhalb dieses kanals immer mal so unsaubere bewegung hier haben wir entsprechend schön diesen diesen abwärtstrend hier hatten wir das letzte korrekturen abwärtstrend das wurde hier überschritten aber danach ging es entsprechend leicht dynamisch auch wieder abwärts das heißt was sehen wir hier in diesem bereich wenn wir uns das ganze mal anschauen und schauen würden wann wäre denn jetzt erstmal ein erster an alle allererster punkt gegeben um das ganze wieder mal zu versuchen in die long richtung zu traden das wäre in meinen augen der bereich wenn wir uns mal diesen letzten schwung hier nehmen ich zeichne ihnen das ganze gleich mal ein ich glaube das muss ich aber mal in einer etwas anderen farbe machen weil man es von der farbe her schwarz nicht so gut sehen kann ich nehme mal hier wieder die blaue farbe ich hoffe dass es etwas besser entsprechend erkennbar wenn wir uns mal diesen groben trendverlauf hier nehmen den wir hier haben dann haben wir halt hier entsprechend hier den markt nach unten laufen gehabt dann hatten wir hier noch einmal ein stück weit an korrektur bis hier oben hin laufen dann gab es diesen dynamischen schub nach unten so und sie sehen was ich jetzt hier für sie eingezeichnet habe wir haben hier diesen bereich um dieses korrektur hoch und wenn der markt da oben drüber läuft dann hätten wir mal die erste tendenz zumindest schon mal gegeben dass wir hier wieder einen gültigen validen aufwärtstrend haben der diesen blauen trend gebrochen hat und dann haben wir die chance die erste chance das ist die frühe chance wieder in die obere richtung zu laufen das heißt was wir dann hier sehen wäre hier schöne erste initiale bewegung danach die korrektur wie weit auch immer die laufen mag ich habe absolut keine ahnung das das werden wir sehen und wenn der markt dann wieder nach oben läuft und hier drüber hinaus dann wäre das das szenario was ich gerade beschrieben habe dass wir hier wieder einen aufwärtstrend haben bleibt allerdings diese starke dynamik nach unten auch anhaltend ja dann liebe zuschauerinnen und zuschauer dann wäre es das zeichen dass wir doch diese korrektur weiter am fortlaufen haben das heißt hier jetzt sehen wir gar nichts mehr ich mache mal ganz kurz diese zeichnung hier drüben raus so dass wir etwas mehr sehen können wenn wir dann diese dynamik doch nicht nach oben bekommen ja dann sehen wir im endeffekt genau das was wir hier die letzten tage gesehen haben wir sehen hier schwäche diese schwäche wird zwar immer mal von unten nach oben gekauft wir haben jetzt gerade auch berichtssaison und in der berichtssaison ist es ja auch so dass große unternehmen so ein index häufig auch ziemlich stark beeinflussen können wir haben das ja gesehen beispielsweise auch bei einer aktie von 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 apple wie die plötzlich nach oben gegangen ist oder eine aktie von facebook wie die massiv nach unten eingebrochen hat das ist natürlich bei bei solchen großen aktien unternehmen hat das dann natürlich auch impact auf die entsprechenden indizes und hier haben wir halt jetzt die situation wir hatten diesen peak nach unten der komplett wieder aufverkauft wurde das hat jetzt an der an der trend situation im stundentrend noch nichts geändert wir sind einfach stark nach unten gelaufen haben jetzt korrigiert und jetzt sehen wir halt wirklich an der marke was macht der markt der markt hat jetzt wie immer in der hand läuft er nach oben dann haben wir hier wieder einen aufwärtstrend den wir früh dazu nutzen könnten eventuell in eine bewegung nach oben rein zu kaufen ja das wäre halt ein frühes zeichen würde halt dann ein zeichen sein dass dieser aufwärtstrend hier nach oben hin fortgesetzt wird bleibt es bei der schwäche könnte es doch noch weiter nach unten laufen diese korrektur ohne diesen aufwärtstrend hier kaputt zu machen hätte der markt ja die chance hier unten in diesem bereich mit rein zu laufen um die marke von wo haben wir es hier ungefähr 24.900 und ein paar eine 20 punkte also das könnte hier gemacht werden ohne diesen schönen aufwärtstrend den wir hier unter im markt laufen haben unterdessen ohne den zu brechen also wir haben potenzial nach unten wir haben potenzial nach oben richten sie es bitte an ihrem handelsstil aus was sie hier traden möchten dass sie auch genau wissen ob sie jetzt die korrektur traden oder den übergeordneten trend in seine richtung reingehen wollen und dann wird das ganze klappen blicken wir mal auf den s&p 500 hier auch mit rein da ist das bild vom prinzip her ähnlich nur dass wir hier schon etwas höher laufen in die in die bewegungsrichtung wieder rein also wir haben jetzt hier natürlich übergeordnet diesen großen aufwärtstrend laufen dann haben wir hier sehr sehr schön eine trendförmige bewegung also wir sehen das ganze auch hier in den schwüngen das sieht man auch im stundentrend jetzt hatten wir hier die extrem tiefe korrektur auch hier unten war das der dieses korrektur level da ist der markt gestern auch aufgedutzt und direkt wieder nach oben gesprungen untergeordnet haben wir jetzt hier einen aufwärtstrend der gestern mal kurz gebrochen wurde aber die dynamik ganz stark wieder nach oben gelaufen ist schauen sie sich das ganze mal an wenn wir hier die stunde mal eben anschauen wir hatten hier die erste aufwärts dynamik wieder da und das heißt dieser trend hier dieser abwärts schub der wurde hier oben rausgenommen hier ist es dann schön weiter gelaufen und dann papp wurde das ganze wieder beendet und dann papp ging es wieder nach oben drüber also sie sehen die volatilität ist extrem hoch und hier kommt es jetzt auch darauf an was wir hier machen wenn die stunde wieder nach oben läuft das heißt diesen massiven schub nach oben haben jetzt die korrektur und wenn wir hier über diesen hochpunkt wieder drüber laufen das wäre dann hier das zeichen das wir wieder über diesen markt nach oben laufen also hier oben das hoch hatten wir bei 2831 punkten wenn wir da wieder drüber laufen schauen sie dann haben wir bewegung korrektur und haben dann wieder einen aufwärtstrend und dieser aufwärtstrend hätte dann bei positiver weiterentwicklung das potenzial hier in diese bereiche hier oben rein zu laufen beziehungsweise wenn wir uns das ganze im tagesschatten mal anschauen hier da kommen wir dann natürlich irgendwo wieder in den in den bereich dieses allzeithochs was wir hier hatten um die marke von 2876 punkten bis dahin ist schon noch ein stück weit weg da man muss sehen wie sich die politischen börsen weiterentwickeln aber hier in den usa im s&p auch schön einen aufwärts gerichteten markt und die krone in den usa sind natürlich die technologiewerte hier haben wir hier eine 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 einen markt der ein hoch nach dem anderen schreibt aber wir sehen das jetzt auch hier in der aktuellen berichtssaison beispielsweise wenn wir hier zuwächse haben die sind meistens nicht mehr ganz so dynamisch wie die letzten male gut bei der apple aktie da ist das jetzt auch ein starker schub nach oben gewesen der den index schon deutlich beeinflusst hat aber wir sehen halt momentan dass die luft nach oben hin dünner wird und das sehen wir hier auch in diesem index das wir halt sehen immer dann wenn es neue allzeithochs gibt dass die schübe nach oben nicht mehr so lang und dynamisch sind sondern danach erst einmal korrektur kommt das ganze haben wir hier auch gesehen und schauen sie sich mal an hier schön diesen aufwärtstrend den wir hier hatten oder hier am laufen haben also dieses teil meine ich hier in diesem bereich der ist halt jetzt wieder tief korrigiert und schob da nach oben das heißt auch hier das bild aktuell auch wirklich schön grün gerichtet wir können ja mal hier den entsprechenden trend auch mit reinzeichnen wenn wir uns das ganze mal hier mit anschauen das heißt diesen trendkanal ich hoffe dass es jetzt mit diesem mit diesem tool hier in etwa hinbekomme na gut sieht nicht ganz so schön aus ich nehme mal ein anderes was ich hier zeigen möchte ist einfach wir haben hier oben diese obere begrenzungslinie und unten diese untere begrenzungslinie und wenn wir das ganze hier auch entsprechend miteinander verbinden ich mache das jetzt einfach mal grob dann haben wir hier halt aufwärtstrendlinien die in dem markt entsprechend auch laufen wo wir kanaltechnisch nach oben laufen und wir sehen halt dass diese anlaufen vom unteren kanal immer gute punkte war wo der markt nach oben gedreht wird und oben an diesem kanal wurde dann etwas nach unten getradet also wir können hier schön innerhalb für das kurzfristige trading diesen kanal auch nutzen um trade szenarien auch abzuleiten wann es Zeit wird long zu gehen wann man besser in deckung gehen sollte um das ganze hier zu sehen also das ist sehr sehr schön machbar der markt ist auch schön weiterhin aufwärts gerichtet wenn die dynamik nach oben erhalten bleiben sollte schauen wir wieder auf die tageshochs wir haben hier zwei tageshochs vor uns liegen einmal hier vom um die marke von 7456 das war der 27.7 und dann das tageshoch vom 25.7 hier das allzeithoch das sind mal die marken die in den tageshochs auch liegen da brauchen wir natürlich schub aber die dynamik die wir hier in diesem index momentan haben die lässt es auch zu dass man innerhalb von 100 zwei tagen so ein schub nach oben kommen kann das ganze kann natürlich auch nach unten gehen müssen wir sehen wenn es nach unten geht dann hätten wir jetzt halt die situation dass wir dann wenn der markt hier nach unten schiebt dass wir dort erstmal wieder einen einen kleinen abwärtstrend im markt laufen haben das heißt das wäre jetzt mal so von der planung her dass wir hier in diesem moment die erste bewegung gesehen hatten dass das jetzt hier eine korrektur ist und wenn wir dann hier tatsächlich unten rausfallen und der markt hier über den sommer doch mal nochmal anfängt zu korrigieren das wäre dann natürlich ein verlassen des trendkanals nach unten mit einem abwärtstrend das spiel ist jetzt noch nicht da aber es ist im endeffekt eine szenario planung für die seite nach unten und dann hätten wir auf der unterseite für diejenigen von ihnen die das interessiert wenn wir hier unter dieses tief drunter gelaufen sind wären dann die nächsten anlaufpunkte natürlich die korrektur tiefs dieses abwärtstrends hier und die stehen dann hier im rahmen um die marken von wir schauen mal bei 6933 wäre hier was gewesen oder wäre was im markt dann entsprechend hier drüben das nächste bei ungefähr 6832 sie sehen hier unten noch weitere dynamik liegen muss man sehen nach unten wenn es bricht ist etwas weg da wo man sagen kann wer verkauft denn hier nach uns auf der oberseite wie schon gesagt sind jetzt hier kurzfristig die tageshochs entsprechend als anlaufpunkte auch da und damit ja beschließen wir mal den reigen mit der besprechung dieser großen indizes ich nehme jetzt mal einen schluck aus dem wasserglas und danach gehen wir direkt in die währungen hinein